Hast du keine Lust mehr auf das ewige Chaos in deinem Kühlschrank? Auf diese frustrierende Suche nach den Lebensmitteln, die sich immer wieder verstecken? Du bist nicht allein. Wir kennen dieses Problem nur zu gut. Das ständige Wühlen und Kram, nur um an das zu gelangen, was du brauchst. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Side-by-Side-Kühlschränken aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Kühlschränke bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Side-by-Side-Kühlschrank von Chick. Mit seiner Effizienz, Energieeinsparung und leisen Betrieb wirst du dich in ihn verlieben. Dank der ultra leisen Inverter-Technologie mit nur 42 Dezibel Geräuschpegel wird er dich nicht stören. Schluss mit dem lästigen Abtauen. Die Total No Frost Technik hält dein Leben stressfrei und sorgt für deutlich längere Frische deiner Lebensmittel. Mit einem absoluten Fassungsvermögen von 559 Litern bietet er ausreichend Platz für all deine Einkäufe. Die Maße von 177 x 91,2 x 70,4 cm machen ihn zu einem Raumwunder in deiner Küche. Der Side-by-Side-Kühlschrank von Chick wird mit höchster Qualität und Service geliefert. Alle Geräte werden im eigenen modernen Werk mit innovativen Herstellungsprozessen gefertigt, was Langlebigkeit, Robustheit und einen erschwinglichen Preis gewährleistet. Vertraue auf einen ständigen Ersatzteilvorrat und genieße die 12 Jahre Herstellergarantie auf den Kompressor. Erlebe Top-Ausstattung mit dem Side-by-Side-Kühlschrank von Chick. Wasserspender ohne Festwasseranschluss mit großem 5,5 Liter Tank. LED-Touch-Display. Vier Glaseinlegebögen für die Kühl- und Gefriereinheiten. 7 Türablagen, 2 Gemüsefächer, 2 Gefrierschubladen und 2 LED-Beleuchtungen für optimale Sicht. Der edle Edelstahl-Look verleiht deiner Küche einen modernen Touch. Der Chick Side-by-Side-Kühlschrank bietet nicht nur technische Raffinesse, sondern auch ein besseres Leben. Er garantiert Frische, Ordnung und Funktionalität in deiner Küche. Stell dir vor, wie einfach es sein wird, deine Lieblingsspeisen und Getränke griffbereit zu haben. Spüre die Freude, wenn du dir einen erfrischenden Drink aus dem Wasserspender gönnst. Erfahre die Zufriedenheit, wenn du Zeit und Energie sparst, weil du nicht mehr abtauen musst. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Kühlschrank auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Medea Side-by-Side-Kühlschrank. Dein ultimativer Begleiter für ein sorgenfreies Leben. Dieses leistungsstarke Gerät ist mehr als nur ein Kühlschrank. Es ist dein persönlicher Helfer, der dir lästige Probleme abnimmt und dir ein unvergleichliches Nutzungserlebnis bietet. Schluss mit dem lästigen Abtauen von Lebensmitteln. Dank der innovativen No-Frost-Technologie gehört das der Vergangenheit an. Die Kühlluft wird automatisch abgelassen, sodass deine Lebensmittel nicht vereisen. Der Inverter-Kompressor und der Inverter-Ventilator garantieren dabei noch weniger Vibration und Lärm im Vergleich zu herkömmlichen Kühlschränken. Mit dem Medea hast du die volle Kontrolle. Die doppelte Steuerung ermöglicht es dir, die perfekte Temperatur für jedes Lebensmittel einzustellen. Kein Verderben mehr. Keine Sorgen um die Haltbarkeit. Deine Lebensmittel bleiben frisch und lecker, wann immer du sie genießen möchtest. Und das ist noch nicht alles. Mit dem praktischen 3 in 1 Wasser- und Eisspender und dem Barfach bist du immer bestens versorgt. Eiskalte Getränke und erfrischende Wasserfontänen sind nur ein Knopfdruck entfernt. Das LED-Display und die LED-Beleuchtung sorgen für eine moderne Optik und eine klare Sicht auf deine Lebensmittel. Erlebe den Luxus von 516 Litern Gesamtvolumen. Aufgeteilt in 334 Liter Kühlteil und 182 Liter Gefrierteil. Du hast genügend Platz für all deine Lieblingsspeisen und Getränke. Du kannst dich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren, dein Wohlbefinden. Mit dem Medea Side-by-Side Kühlschrank investierst du nicht nur in ein Gerät, sondern in eine bessere Lebensqualität. Freue dich auf frische Zutaten, köstliche Mahlzeiten und Momente des Genusses. Lass den Alltag hinter dir und tauche ein in eine Welt der Kühlung, wie du sie noch nie zuvor erlebt hast. Alle weiteren Infos zu diesem Kühlschrank kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Side-by-Side Kühlschrank von Haier vorstellen. In elegantem Schwarzgehalten vereint der Stil und Funktionalität auf höchstem Niveau. Lass dich von seinen zahlreichen Features begeistern und erlebe eine völlig neue Dimension des Kühlens. Kennst du das frustrierende Gefühl, ständig deinen Kühlschrank abtauen zu müssen? Vergiss es! Mit dem innovativen Total-No-Frost-System gehört lästiges Abtauen der Vergangenheit an. Schluss mit zeitraubenden und nervenaufreibenden Aufgaben. Genieße eine längere Frische deiner Lebensmittel. Dank der optimalen Kaltluftverteilung durch das fortschrittliche Multi-Airflow-System. Du kannst sicher sein, dass all deine Lebensmittel perfekt gekühlt und jederzeit griffbereit sind. Und das ist noch nicht alles. Der Side-by-Side Kühlschrank von Haier bietet dir nicht nur Funktionalität, sondern auch ein wahres Raumwunder. Mit nur ca. 56 cm Korpustiefe passt er selbst in kleine Küchen und schafft dabei jede Menge Platz für all deine Lebensmittel. Endlich kannst du dich entspannt zurücklehnen und den geräumigen Innenraum genießen, der dir ermöglicht, deine Vorräte übersichtlich zu organisieren. Aber das ist noch nicht alles. Denn Haier hat an jedes Detail gedacht, um dein Leben einfacher zu machen. Der Wasser- und Eiswürfelspender sorgt für erfrischende Getränke mit nur einem Knopfdruck. Ob du Wasser, Crushed Ice oder Eiswürfel möchtest, du hast immer die Wahl. Zusätzlich überzeugt der Side-by-Side Kühlschrank von Haier mit weiteren Highlights wie Easy Stop Scharnieren, eine super Kühl- und Gefrierfunktion, einem sparsamen Holiday-Modus, einem leistungsstarken Dual-Inverter-Kompressor und einer bequemen Steuerung über das Tür-Display. Teste den Side-by-Side Kühlschrank von Haier und erlebe ein neues Level an Komfort und Luxus. Dein Alltag wird einfacher und angenehmer und du hast endlich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Verpasse nicht die Chance, dein Zuhause aufzuwerten und dir selbst das Beste zu gönnen. Mach Schluss mit Kompromissen und genieße die Vorteile eines Kühlschranks, der perfekt zu dir und deinem modernen Lebensstil passt. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Side-by-Side Kühlschrank.